so viel wiegen und messen ich hab das am anfang auch gemacht aber man kann sich jetzt eine kiste herrichten wo genau so aufgebaut ist dass man was zum vergleichen hat wie schwer oder wie leicht das ist wenn ich jetzt her gehe da ist jetzt der boden noch gar nicht dabei könnte zum boden auch mitnehmen und geh einmal da durch wenn ich sag ja der ist jetzt ein bisschen schwerer das ist jetzt schon leichter der meine war jetzt der leichterste kann ich da mal reinschauen wie es da ausschaut vom futter her aber so vom gewicht her jetzt hat wenn ich das vergleich der ist jetzt eher noch leichter gerade für die damen wenn sie es jetzt nicht mehr daheben dann darf es eigentlich gelangen wenn ich sag ja der schwart in der hebe gerade noch wird es auch gelangen dieser zerzehner der tandkisten da darf er schon um die 20 25 kilo fuhr da rein bei uns weil sonst habe ich früher ein problem einzeigig sind der deutsch normal langstadt einzeigige bruchräume maximal 15 kilo sonst wird es viel und dann im frühjahr je nach wetterlage märz februar muss man mal nachschauen teigpaket drauflegen bin der tand brauche ich das normal nicht wenn ich nur futter drin habe sollte es in ordnung sein so das sind lauter ableger die haben scheinbar noch gut gas geben mit mit den bruten da müssen wir jetzt einmal noch mal futter nachlegen so langsam warm ist muss man diesen ausnutzen da werden wir jetzt gleich noch was zuckerwasser anmischen und unterscheiden dass wir den was einbringen so die anderen habe ich noch nicht kontrolliert das werde jetzt auch gleich machen allerdings muss man sagen dass auch nicht überall die kisten voll die sind nicht voll ausgebaut also da fehlen mal drei vier waben und so müssten ja über winter käme aber nachdem es jetzt noch so warm ist müssen wir die zeit nutzen dass man da noch was reinbringen schauen wir mal mit was gehen rein jetzt vor halb drei liter in die futtertaschen die sind drin und dann schauen wir dass man denen gleich etwas reinbringen so bis nachher nicht nachher so nicht vergessen jetzt wieder abonnieren glocke einschalten und den ganzen spaß hier was dann also gibt so und jetzt muss man futter herrichten servus